Hi, ich bin Juliane, ich bin 21 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker in Fachrichtung Anwendungsentwicklung und ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich habe mich schon länger für Computer und Gaming interessiert und mich hat einfach fasziniert, was man mit der Technik alles machen kann und deshalb habe ich dann erst mal drei Semester Medieninformatik studiert und habe da auch gemerkt, dass das Fach das Richtige ist, aber der Weg einfach nicht und deshalb habe ich mich dann für die Ausbildung beworben und ich bin hier sehr glücklich. Ich habe mir vor der Ausbildung vorgestellt, dass ich auf jeden Fall programmieren lerne, weil das kam mir persönlich im Studium etwas zu kurz, weil ich wollte einfach nicht nur Vorträgen zuhören, sondern das einfach selber auch praktisch machen und von dem her werden meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Klar kann es sein, dass man als Mädchen eventuell etwas unterschätzt wird in dieser Branche, aber davon merke ich hier im Betrieb eigentlich gar nichts. Wir sind auch mehrere Frauen hier und ich fühle mich da auch sehr wohl. Also mir macht es persönlich am meisten Spaß, wenn ich irgendwelche komplett neuen Features einbauen darf. Zuletzt haben zum Beispiel wir Azubis zusammen auf unserer Homepage eine Wartesteifenanzeige eingebaut, wo unsere Kunden dann immer direkt sehen können, welche Telefone gerade beliebt sind und welche nicht. Wenn man sich für den Beruf interessiert, sollte man auf jeden Fall gut logisch denken können und man sollte auch ein gutes Vorstellungsvermögen und Geduld haben. Das sind eigentlich so die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Als Fachinformatiker sind wir hier im Betrieb hauptsächlich mit Programmieren beschäftigt. Wir kümmern uns um unsere eigenen Webseiten und unsere eigene Unternehmenssoftware und wir implementieren dort zum Beispiel neue Features oder sorgen dafür, dass alles federfrei läuft. Wir arbeiten da auch sehr oft in Teams zusammen, deshalb sollte man auch nicht allzu schüchtern sein. Ich kann die Ausbildung jedem weiterempfehlen, der sich für Computer interessiert und sich in dem Fachbereich wohlfühlt. Es macht sehr viel Spaß und es ist auf jeden Fall sehr zukunftsorientiert.